Loredana Wollny und ihr Freund Servet sind stolze Eltern eines Sohnes. Der kleine Aurelio hat zuletzt seine Beschneidung hinter sich gebracht. Das soll jetzt gebührend geführt werden. Doch dabei kommen Uneinigkeiten auf. Der kleine Aurelio, eins, ist der ganze Stolz von Loredana Wollny, 20, und ihrem Verlobter Servet, 25. Mit 18 Jahre bekam die Wollny-Tochter ihren ersten Sohn und schwebt seither im absoluten Babyglück. Doch scheinbar sind sich Servet und sie, wenn es um Aurelio geht, nicht immer einig. In den neuen Folgen die Wollnys, eine schrecklich große Familie, die immer mittwochs um 20. 15 Uhr auf RTLZ-Wii zu sehen sind, sorgt die Feier anlässlich Aurelios Beschneidung für einen Familienstreit. Loredana Wollny-Servet haben unterschiedlich Vorstellungen vom Beschneidungsfest. Nachdem ihr Sohn seine Beschneidung hinter sich gebracht hat, soll das jetzt ausgiebig gefeiert werden, zumindest wenn es nach Papa Servet geht. Der Verlobte von Loredana Wollny würde am liebsten ein großes Beschneidungsfest mit all seinen Bekannten feiern. Traditionell können dabei oft über 1000 Gäste vor Ort sein. Eine Vorstellung, die Mama Loredana wohl gar nicht teilen mag. Sie wünscht sich, die Feier eher klein zu halten, im Rahmen ihrer Liebsten. Immerhin geht es um die Beschneidung ihres kleinen Sohnes. Machen sich jetzt etwa die kulturellen Unterschiede in ihrer Beziehung bemerkbar? Ob Servet, der in Patnos in der Türkei geboren ist, Loredanas Wünschen, all den Traditionen, mit denen er aufgewachsen ist, zu trotz entgegenkommen kann, wird sich in den kommenden Folgen die Wollnys, eine schrecklich große Familie zeigen. Eins ist jedoch klar, auf solche Diskussionen muss sich die Familie wohl auch in Zukunft einstellen. Wie lange kann das noch gut gehen? Überります, was werden wir sagen? Vielen Dank.